Halli, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu CRUSH CRUSH! Wir haben durchgeadelt ein paar Tage. Ich fahr zu früh drinnen, hab die umgestellt, aber jeder hat das getan. Ja, ich muss anfangen. Dann bitte ihn lassen. Nein, ihn lassen! Äh, kann ich das ausmachen? Oh, die hab ich schon richtig viel getan. Oh, ich mag die noch nicht. Entschuldigung. Mein Name on level 31 erreicht, das ist sehr gut. Der Movie actor. Ähm, braucht noch irgendwie Zeit. Hallo! 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 Oh! Oh! Ja, es ist voll gut. Okay, wir machen jetzt erstmal Kassi fertig, weil wir einfach schwimmen möchten. Okay. I think, I think I've fallen in love with you. Are you falling for me, Ubiktion? I have never feeled this way before. Okay. Oh, I don't know what's going on. Yeah. Okay, I'm a hunter. Date. Let's go. Haha. What did you hope? Hand blow. Maybe. Web tag. I don't bid. So, if I look like a girlfriend, sound like a girlfriend. Look, act like a girlfriend. Eh, sorry. I guess that means? Boom. Official. I'm posting this everywhere. Let's make a super away for everyone. Hehe. No done. You know what it is? Probably coming to a moment. Lift here. Hmm, gotcha. Brrrr. You know what? Just what a cat girl want. Yeah? So that good. You are my favorite. I love being with you. Do you, do you like me too? Meow. Oh yes, yes, yes. It's making me very happy. Sehr gut. Move it the other way. Dreimal. Mein Gott. Verlangt mir die Familie. Und ein T-Set. Okay. T-Set. Sehr gut. Elbe Zeit. Blumen haben. Ja, wir machen jetzt 3 nach durch. Bis wir unten wieder angekommen sind. So. Um. I have a other, other request for you. Do you like ladies? Like in the special way? Oh good. I mean, that's interesting life decision you have made. I'm proud of you. Yeah. Yeah. It's a very few minutes. Yeah. Um. 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 Hey. Um. So um. Are you the sort of person that don't mind with friendships by asking someone out right? Like say a friend that was pretty harder in first date? Cool. Then. And you are you to the twice friendship date friends. Yay. Okay. You are definitely a friendly sort. And I like that in a random strange. That's even texting on around friends. Aha. Now we are friends. Good and proper. Now we can braid other hair and sell clothes. Did you wear clothes right? Yeah. I do it. It's funny. I don't know why. You remain the signature source of conditions in my interacting with this time period. Can it depend on your conditions support? Excellent. You post many discoverable attributes in a labor panel. I look forward to discover more. Okay. Ok. 20 but small. Many many scholars. Bevel notice the around like buzzing bean when Bevel eats honey and laughs tradition recently. Is fine with this just don't make too much noise. Bevel isое Penny spoked. Kiefer isn't done too much. Ah, wo können wir denn noch was machen? Hier. Einmal. Das nervt, dass wenn da zu viel Zeit oben ist. Ja. Ich finde das sehr anfindlich. Nicht. Was werden sich diese 300 Geld pro Sekunde ausmachen? Hm? Das weiß ich. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? You know, I noticed the other days you have a nice butt and you make me loud. Did you want to datefink? Datefink something? Good. So I made the first move. Now you have got to all your heavy flippings. Grab your wallet and let's set the harm to it. Schön. Ah, das ist das, was wir haben. Was ist das? So. Oh, chocolate. Chocolate chip. Chocolate chip. Es gibt so ein Song von den wise guys, der hat chocolate chip cookies. Und wenn das hier so ein chocolate Ding hat, dann ich meine. Chocolate chip cookies, nananananana. Ja. I, need to introduce our world's fabula, fab, fabula ability with you in order to perform Stabil Cross-Sex-Familien zu ihr Objekte? Excellent! Wir sind jetzt freundlich mit uns. Ich freue mich, um zu erhöhen, wenn wir relativ intensiv sind. Interessant. Wer will eine Kuchen haben? Ganz viel Kuchen. Nimm mal dieser Kuchen. K-Cubes. Auf dieser Giftliste sind zu viel zu essen. Ich meine, Rosen sind was zu essen. Muffins sind was zu essen. Ein Handel dazu essen. Donuts sind was zu essen. Früchtekorb kann man essen. Man kann Schokolade essen. Bücher schmecken auch angeblich ganz gut. Mein Ohren wird schwierig, aber knutscht zu schön. Man kann Drinks trinken. Man kann Zauber essen. Das sind ja eigentlich Rosen und geiler. Man kann Kuchen essen. Ein Teaser kann man essen. Den kann man nicht kochen. Das Neck ist auch so ein Crown-Tick und die Schuhe. Und der Plüsch hier. Ja, okay. Wird ein bisschen egelig, aber kann man bestimmt auch gut grillen. Dann Designer-Backend. Entschuldigung. Wer wird sowas nicht essen? Könnte ich mal was gucken. Ich könnte was gucken. Ich könnte was gucken. Da ist gerade so ein, wenn wir gerade über Essen rein. Simon. Also wir geben dir jetzt was. Ah, ich glaube ich habe schon wieder gefallen. Hi. Oh nein. Doch. Ist jetzt hier angezogen. Ja. 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 Ja, wir haben eine Schuhe umgefallen für Cassie. Ja. Super geil. Sind nicht verliebt. Sollen wir gleich auf der Sandland ziehen? Oder nicht? Komm. Wir haben das Geld gehabt. Ja, ist das lieb. Ne, das ist alles im Loch, Mädels. Sooo. Was soll sie denn alle den.. den- den Ding sein? Aber freue ich mich schon wenn es dann mehr gibt. Ja, die gibt es nicht bleiben. Aber sie.. Ich hab die. Die bleiben wirklich nicht. Was sie denn noch, das hab ich den.. den.. den. 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 Was da will ich noch haben. Das cuit. Gut, äh wo hab ich die verblieben? Beim Essen genau. You are friendly, look foolish tourist, but Bevil don't now feel like gaming on your list, friends. Yay, Bevil has made a new friend, oh with Tua. Nina's fertig. I think I will find Quiddalil to be in order, boss. Also look pretty great in a pair of suit, heels. That's the way, if you can be passing an assistant, you can put her yeah lame pick up lights out. Okay. Glummy McGrummel's face. That's you. You think you can just replace your way out of this? I've probably accepted. You're lucky I've been programmed with the patient and forgiveness of a young fan idol singer. The must forgive the creature on earth. Okay. Then that's what I thought. That's what I thought. That's what I thought. That's what I thought. Yeah. I'm a necklace and just dates. Yeah. I'm a necklace. 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 Das kann man sich bestimmen, zum nächsten Mal. Aber nicht jetzt. Ja, dann. Oh, danke, du... Ich habe keine Neugierungen für die Magical-Updates. Ich kann sie mit ihnen irgendwie interagieren. Na dann! Hm, zeigt mir die Warte. Warte, ich kann auch irgendjemand. Dafür sie kann auch ein Faltes kaufen. Ich hoffe, ich habe sie bei Einzelnen, weil dann ist es möglich, sie fertig zu machen. Oh? Nein. Nicht wirklich. Ich brauche. Wenn wir wollen. Dann gehen wir auf ein Date. Neo. Ich meine... Es ist besser, was haben wir gerade nicht zu tun. Was ist das jetzt? Also alle kriegen einen Bader zurück. Ich hoffe, sie kriegen nicht alle selben aus. Das war's über dem Magical Essen. Arcana Shadow Manor Blood Spray. Pretty damn it magical. Okay. Du bist meine... Das freut mich. Das freut mich. Das freut mich. I'm not sure what a girlfriend is exactly, but I asked the other cats and they said, was a good thing. Can I be your girlfriend? You have made me so happy than I have ever been. We are the girlfriends. Yay? Okay. 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 Oh fuck. Okay. Okay. Mmh. 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 So geht es schneller. Oh Gott. My God Oh Gott mein Gott. ہ so ja ich meine irgendwas müssen wir jetzt oder bis die neklar fertig ist trotzdem stecken jetzt geht es schnell ich hab auch hier so lange ich hab auch nicht ja okay das können wir hin sollte klappen packen nicht jo jetzt brauchen wir noch 11 million ja 11 million hier brauchen wir noch viel äh 10 million still ist irgendwo runter sollte passen 9 million ey das geht ja auch mal schneller den ganzen Einballen aber egal da leider 6 8 million ach was kriegen wir hier so herzchen fliegen die million 6 million hier brauchen wir noch ganz viele herzchen 8 million Warte, wie viele Hälfte brauchen wir noch? Äh, wie viele Hälfte brauchen wir insgesamt? Wie viele Hälfte brauchen wir noch? Äh, okay, jetzt kommen wir noch. Wir haben die Hälfte. Nicht die Hälfte. Aber fast. Okay, 2 Millionen. Wir haben gleich wieder. Vielleicht haben wir es auch. Ey, wir haben es. Sehr gut. Okay, und dann abholfen wir ihn. So, hörst du die wieder aus? Warte, ich muss die Hälfte laufen lassen. Komm auf, auf, auf. Nice time. I don't know what to say, but I never want to be a pair from you. You feel the same, right? Let's find a sunbeam. Pick in love, though, too. Okay, und ab den Bikini erzählen. Weil noch haben wir das Geld. Ja! Juhu! Juhu! Ich bin nicht gut mit Wurz, also... ja, das ist nichts. Willst du mit mir date? Und... get touched feelings? Sorry, das ist nicht technisch zu tun. Juhu! Du hast mich so glücklich. Okay. Krisch, Tier, Slut, Junkie und Tier, meinst, Moe wieder, Alter. Hm, man muss essen. Auch noch. Hier haben wir noch Zeit zu tun. Hier gibt es noch Zeit zu tun. Oh dear, I see I have got this. Friends forgot a problem. The support attracted to a friend of them. Do you think there's a chance to like your back? Well, and it is a pity option. I have been hurt. I like the way you think, Sagakapi. Danke. Mach's auf wie ich denke. Sehr angenehmer Gedanke, ne? Ach so. Hm. 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 Wir wollen nächstes Mal ja auch noch was zu tun haben. Also heißt, du meinst, dass wir zu stehen. Wir stellen die Hobbies kurz um. Hm. Wir brauchen auch alle für der Duster und Duster. Das weiß ich. Hm. Hm. Wir haben nicht mehr genug für, für ein Casino. Wir stellen das noch. Äh, für den Boogie öfter. Aber wir können ja gucken um. Ich mein, irgendwann. Okay, morgen können wir ja gleich gucken. Dann, wovor ballern wir unsere anderen Szenen hier? Hunting ist immer so. Wie jetzt ne. Okay. Das passt doch. So, und morgen sind die noch nicht viel weiter. Das würde mich richtig freuen. Ich bin diesmal richtig glücklich, dass wir das auf einen Haufen hinbekommen haben. Letztes Mal geht's sogar noch schneller. Hoffentlich. Weiß es nicht. Mal gucken. Und ja. Dann, was ist es aber für heute? Wir haben heute schön Kristalle verballert. Für unsere Zoll-Investime. So. Hallo. Eigentlich bist du Cassidy. Obwohl, mit ihr Ballerns fühlt sich schön nice eigentlich. Sehr. Betont sehr ihre Haare. Krem. Gut. Äh, warte. Kann ich noch was ausprobieren. Mhm. Kann sie anpacken. Sie auch. Sie auch. Gut. Dann, war's das für heute. Ich würd sagen, genießt dieses beschissene Wetter. Es ist 35 Grad draus und ich kotze wie ein Weltmeister. Und ja. Bye. Eure Zerosia.